Ja, ist doch auch okay, oder? Naja, aber du hättest einfach bei der Flucht gehen müssen. Ja, aber ihr fuckt euch doch mehr darüber ab, da ich gestorben bin, als ich selber. Nein, nein, du hast gerade gesagt, du bist nicht nach vorne gekrochen, weil du von vorne offen warst. Dann sagen wir, du wirst doch von vorne komplett safe. Und du so, ja. Du hast dich gerade recht. Oh, Jungs. Egal. Egal, so keine Ahnung. Ihr kommt mir zwei verschiedene Positionen an. So, ihr habt selber nicht hinbekommen, den zu nutzen, weil ich euch nicht vorwerfe. Aber fuck mich nicht ab deswegen jetzt. Nein, alles gut. Wie gesagt, du lachst halt für beides offen. Ja, aber ich hätte mich nicht mehr weiter bewegen können. Meine Güte. Doch, du verstehst den Punkt gerade.